Alle Einheiten, alle Einheiten, 1199, Einsatz vor 3, Beacon Nervenklinik. Tut mir leid, Detektives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1, 2, 1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizodoktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem, irgendwie unheimlich, oder? 1, 2, 7, 1, 2, 4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt es eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 1, 8, 4. Was ist da los? Over. 1, 8, 4. Wir haben vorliegt, ist es ein, dass Siegeln zu melden. Bekirchen, melden. Bekirchen, melden. Bekirchen, melden. Bekirchen, melden. Gibt es irgend... Verdammt! Scott! Scott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connelly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Also, ich bin sicher. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns. Du sicherst hier. Wir sehen uns hier. Hast du das gehört? Hier lebt noch jemand. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikis. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Was zur Hölle? Was? Was? Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße! 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 Ah! 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 Wo geht's hier raus? Ah! 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 Oh, come on. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.